Für das Formula Student Team Race Yard steht eine neue Saison vor der Tür. In den letzten zwei Jahren musste das Team mit rund 50 Teilnehmern ja unter massiven Einschränkungen arbeiten. Corona, das ist natürlich so eine Sache für sich. Da brannte es dann letztendlich an allen Ecken plötzlich hier und dort. Ja, mein Vorgänger Moritz, aber es hatte auch alle zu tun. Aber trotz dessen haben wir es wieder geschafft, ein Auto auf die Beine zu stellen und rechtzeitig zu den Events jetzt im Sommer 2021 eben auch fahrfähig zu sein. Im August dieses Jahres konnte das Team dann trotz Corona auf Events nach Ungarn an den Ungaroring und nach Deutschland an den Hockenheimring fahren, um sich mit internationalen Teams von anderen Universitäten und Hochschulen zu messen. Dabei konnten sie in Hockenheim den 18. Platz von 85 teilnehmenden Teams belegen, mit einem herausragenden dritten Platz in der Kategorie Efficiency. Mit dem nächsten Auto haben wir auf jeden Fall einiges vor. Das heißt, wir werden eben ein neues Monocoque hier reinbringen. Das hat dann eben nicht nur zur Folge, dass letztendlich auch viele andere Komponenten sich ändern müssen. Das haben wir dann dort einige Sachen, die wir auch deutlich besser machen können und noch eine Performance eben rausholen. Zum Beginn der neuen Saison im Wintersemester steht für die Studierenden noch etwas Planungsarbeit für den neuen Rennwagen an, bevor es dann an die Fertigung einzelner Teile und das Zusammenbauen gehen kann. Immerhin wollen sie nächstes Jahr schon den nächsten Elektro-Rennwagen vorstellen. Wenn man jetzt so ein bisschen Interesse gewonnen hat, seid ihr auf jeden Fall hier herzlich willkommen. Es gibt bei uns auf der Webseite ein Bewerbungsformular, das nicht zu ernst nehmen. Einfach dort Kontaktdaten eingeben, anmelden, sonst auch gerne hier in C5 einmal rumkommen bei Tach. Es ist meistens wer da. Wir haben einen tollen Teamraum, wo man ein bisschen schnacken kann und dann sehen wir mal, wo vielleicht ihr so ein bisschen mitwirken könnt und das Ganze zu unserem Auto machen. Dann wir mal auch einen und dann